Kannst du bitte auf Kinder, Diss und Rapper reagieren? Was ist ein Brathahn? Das ist halt... Was ist ein Brathahn? Die... Ein Hähnchen-Nammer. Und, hast du euch gefallen? Einfacher Po-Rat, Digga. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackeln mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby, girl, drip drop. Mach nicht so jetzt, Digga. Da-da! Stark. Okay, perfekt. Perfekt. Boom. Chat. Da sind wir doch. So, Leute, was geht ab, Alter? Ist gut? Kannst du bitte auf Kinder, Diss und Rapper reagieren? Hört sich irgendwie lustig an, Digga. Warte mal. Warte mal ganz kurz, Bro. Das gucke ich mir direkt mal an, Digga. Ich gucke mal, ob es das überhaupt gibt. Kinder, Diss und Rapper, einfach so, oder was? Bro, ich höre auf euch, Digga. Weißt du, wie ich meine? Muss man auch mal auf den Chat eingehen, Bruder. Erster Bro, der was reingeschrieben hat, hat direkt seinen Wunsch erfüllt gekriegt. Wir reagieren jetzt auf Kinder, Diss und Rapper, Bro. YouTube-Kacke, Doppelpunkt, Kinder, Diss und Rapper. Auf dem Kanal Miner Mosel. Noch nie gehört, Bruder. Noch nie gehört und auch von dem Video nicht gehört. Was ich sehe ist aber diese... Das sind die Kids von diesem, von diesem, wo die so... Auch Luciano und Shirin Fragen gestellt haben, ne? Ich kenne den Bruder längst doch. Das ist doch der, der die Watch haben wollte von Shirin. Let's do it, mein Alter. Rein in die Masse. Was machen wir denn jetzt heute hier? Wir zerst... Von vorne. Was machen wir denn jetzt heute hier? Wir zerst... Mein Rapper. Moneyboy, Digga. Was macht Moneyboy eigentlich, Bro? Den hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Achso, ja. An der Stelle verzeiht mir, wenn's ab und zu sich aufhängt. Aber das ist halt hier in Mexiko so. Ich hab's immer noch nicht geschafft, besseres Internet zu bekommen. An der Stelle tut mir leid, auch an alle Leute auf YouTube. Ich werd's auf jeden Fall hochladen. Gerade sieht's stabil aus. Wir schauen weiter. Wir gucken und wir hoffen, dass es funktioniert. Guck mal, Bratan. Guck mal, Rindasalami. Gibt euch Brat. In den Ofen mit dem... Ah! Ich... Herzlich willkommen, mein Name ist Molina. Und mein Name ist Ureo. Ureo. Herzlich willkommen, Vase. Hallo, ihr kleinen Wigster. Wie geht's euch? Alles klar? Hä? Wie geht's euch? Wir freuen uns heute auf Bossa und Capital Bra. Wie geht's? Ups. Ah, so. Wie geht's euch? Hä? Gut? Und heute interviewen wir Dordorn. Alles klar? Hallo? Hä? Wie geht's euch? Super. Hallo? Seid ihr Freunde? Ja. Ja. Seid ihr beste Freunde? Ja. Lein. Seid ihr schwul? Wir sind gute Freunde. Wir sind gute Freunde. Ja. Wir sind gute Freunde. Wir gucken mal in dein Video rein. Okay. Mr. Dari. Kacke weg. Mache Tracks, was für ihn. Aber immer noch die Arme aus dem Fenster. Einfacher Poet, Digga. Einfacher Poet, Digga. Ne, ist klar, Diggi. Ich bin eigentlich sehr intelligent. In meiner Welt wird man mit Tänken beworfen. Keine Spuluniform, wir tragen die leute Päts. Und? Hast du euch ne Fragen? Ne, das war mega scheiße. Wie der geguckt hat. Ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, ey. Ist ne Mischung zwischen, geht so, aber auch lustig. Nur ein Gedicht über meine Mutter schreiben. Kannst du mir helfen? Schreib einfach, ich liebe meine Mutter. Ich liebe deine Mutter. Ist deine Jacke teuer? Ne, 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 nicht wirklich. Da steht aber Bellenfahne drauf. Nicht wirklich. Ich soll ein Gedicht schreiben über meinen Hund. Kannst du mir helfen? Natürlich, ich könnte das jetzt sofort machen. Mein Hund heißt Schnuff. Okay. Morgens, wenn ich aufstehe, habe ich manchmal ein Handschmann. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Morgens, wenn ich aufstehe, kommt mein Hund Schnuff. Ähm. Ich f*** deine Mutter. Im Koff. Ist deine Uhr so hässlich, damit sie besser zu deinem Gesicht passt? Das Schmerz sitzt tiefes Mal. Ist deine Uhr so hässlich? Der war zum Beispiel wieder lustig, Digga. Also ist echt 50-50, ne? Ein paar lustige Sprüche sind dabei, aber nicht ganz so lustig, Digga. Wenn du zusammen? Irgendwie f*** ich gerne rum im Auto. Geht ihr auch mal zusammenscheißen? Ne, aber so ein Dürrl oder so. Wenn kein Moderator da ist, dann macht mal eins in den Chat, wenn ihr es feiert. Zwei in den Chat, wenn ihr es auch so halblustig findet. Drei in den Chat, wenn ihr es kacke findet. Was ist Bratua? Bratua, das ist halt, äh, wie ein Bratau. Was ist ein Brathahn? Das ist halt, äh. Was ist ein Brathahn? Die. Ein Hähnchen-Name. Was ist Bratina? Ist, äh, ist auf jeden Fall nichts Gutes. Wie kann ich auf den Schulhof repräsenten? Wenn du auf den Schulhof gehst und dann einfach auf den Boden scheißt, dann bist du so der King. So hab ich das auch immer gemacht. Warum bist du eigentlich so ein Spast? Was? Bin ich deine Bratina? Ich bin meine Bratina, gib mal Faust, Mann. Nee, hab ich keine Lust. Wir gucken in dein Video rein. Ich will kein gutes Steak aus Bayern und töte meine Feinde mit 5 Minuten Nudeln. Götto, Götto. Und geht's da. Nach paar Minuten wird es zu krampfartig irgendwie. Ja, 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 das ist halt so auf Zwang was rausgeholt. Bro, da find ich Cindy ist hier auf jeden Fall deutlich lustiger, aber sie haben's versucht, bro. Bro. Warte, das interessiert mich nicht. Ich möchte, wie soll ich dir das sagen? Ich kackfische. Man soll aber nicht lügen. Ja, mich lügen, da warst du gericht. Lass du. Lass du. Ja. Lass du. Lass du. Ich danke euch. Tschüss, Kleiner. Kurz furzen zwischendrin. Wer kennt ihn, Dicker? Kackbohnen. Ich bin kein Kackbohnen. Deutsche Rappers sind Pussies. Ich der Dude, der den Dick in ihren Arschloch tut. Sie machen auf hart, aber... Ich der Dude, der den Dick in ihren Arschloch tut. Bro. Moneyboy, Digga. Geiler Team, Digga. Ich schöne. Joa. Joa. Ein bisschen entertained war es schon. Wäre ich nicht im Stream gewesen, hätte ich es, glaube ich, nicht komplett durchgeguckt, weil es war jetzt nicht extrem lustig. Bin in meiner Zone mit den Bros. Only good vibes. Komm uns nicht zu nah. Dann ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby. Wackeln mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Babygirl, Digga. Babygirl, Digga. Sie hat den größten Booty auf dem Arsch. Ich glaub ich dir das ja auch nicht übermorgen. Du bist die Tatsache. Ich höre ganz damit. Und bin einbremst. Wie ist das ja auch nicht. Darst du, was die Zeit in der Welt. Du bist das ja auch nicht cool. Ich bin hier auch nicht. Du bist du auch nicht mehr, Vielen Dank.